Nummer 4, im Mittelfeld Daxbacher Nummer 5, Prohaska Nummer 8 und Martinez Nummer 10 und die drei Sturmspitzen, Drazahn mit der Nummer 7, Birkner mit der Nummer 9 und Julio Morales. Und Morales, aber der Ball war out. Morales. Hat Schäffer aussteigen lassen. Delhaie. Und Birkner. Delhaie. Morales. Versucht Ruhe in das Spiel zu bringen. Weiter Querpass zu Morales, der leitet mit dem Kopf zu seinem Landsmann. Dass sich die Daxbacher mit dem Weggang von Jensen noch nicht ganz gefangen haben. Das sind nun der zweite gefährliche Vollstrecker. Morales, Martinez. Am Gebirge zur Austria gekommen ist. Wird also von den Deutschen sehr geschätzt Baumeister. Er hat sich die Daxbacher mit dem Eckball Morales. Und sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Morales. Guter Techniker. Delhaie. Und Morales hat. Und Morales hat. Baumeister. Morales Links nach rechts Arzbache Morales Bonhoff Er wässt schon wieder auf den Beinen Ziemlich hohes Tempo noch Schaßfugt Wohles und Wohles Morales schießt den Eckball wieder in die Hand bekommen Guter Angriff Berkner Berkner und schießt den Tormann an Berkner Vielen Dank.